Steffens Bauer sucht Frau Hofwoche beginnt mit drei bösen Überraschungen für Katrin, ihr Koffer passt nicht ins Auto, seine Wohnung ist unaufgeräumt und ihr Gästezimmer gleicht einer Gefängniszelle. Bauer sucht Frau, drei böse Überraschungen für Steffens Hofdame Katrin. In Folge 7, am 11. Dezember bei RTL, startet endlich auch Mutterkuhhalter und Metzger Steffen, 42, in seine Hofwoche. Doch auf Rufdame Katrin, 39, warten gleich drei böse Überraschungen. Erst passt ihr Koffer nicht in Steffens Lamborghini, dann entpuppt sich die Wohnung des Bauer sucht Frau Landwirts als Rumpelbude, und Katrins karges Gästezimmer gleicht einer Gefängniszelle. Aber der Reihe nach. Mit einem schönen Auto kann man auch schöne Frauen abholen, lässt der 42-Jährige gegenüber RTL verlauten. Mit seinem schwarzen Schlitten, für den er zehn Jahre sparen musste, nimmt er die Bürokauffrau aus dem Ruhrgebiet in Empfang. Dumm nur, dass ihr Koffer nicht in den Sportwagen passt. Und so muss Steffen zweimal fahren, um sowohl Katrin als auch ihr Gepäck zu befördern. Die muss in der prallen Sonne ohne Sitzgelegenheit am Bahnhof warten, macht jedoch aus der Not eine Tugend und leert gleich mal eine ganze Sektpulle. Die Szene des verpatzten Empfangs kannst du hier sehen. Bei Anblick von Steffens Wohnung, wo sind wir denn hier gelandet? Doch nach dem Abholfehl wird's nicht unbedingt besser. Wo sind wir denn hier gelandet? Fragt Katrin perplex, als die beiden das Haus betreten. Vorraum oder Lager? Lagerraum, antwortet der Unterfranke. Sieht noch ein bisschen nach Baustelle aus, entfernt es der Brünetten über den riesigen Raum mit den unverputzten Wänden. Nö. Das bleibt so. Als Lagerraum ist das gut genug, erklärt Steffen. Ah ja. Doch wer nun meint, ein einladendes und aufgeräumtes Reich zu betreten, der ehrt sich. Zwar empfängt Schoß und Seco die beiden an der Wohnungstür überschwänglich, doch kann man das nicht von Katrins Gesichtsausdruck sagen, als sie den Zustand der Wohnung erblickt. Zwar ist die Mesen-Net-Wohnung recht geräumig geil. Das ist ja riesig, und recht ansprechend eingerichtet, doch fällt sofort die massive Unordnung ins Auge. Auf dem Ästtisch liegt ein geöffneter Koffer mit Klamotten, die herausquillen, überall stapelt sich Wäsche, in der Küche liegen geöffnete Hundefutterbeutel auf der Theke. Aber dann hab ich mich erstmal umgesehen und irgendwie schon überall Sachen rumliegen sehen, und da hab ich mir schon gedacht, ähm, okay. Klar liegt bei mir auch mal was rum, aber ich hab's dann doch eher ordentlich. Vor allem, wenn Besuch kommt, dann räum ich zum Beispiel vorher auf. Sollte man meinen. Vor allem, wenn auch noch ein RTL-Kamerateam dabei ist. Zuschauer fassungslos, grauenhaft, würde sofort wieder umdrehen. Zumindest das Gästezimmer ist schön aufgeräumt, das muss man schon sagen. Allerdings gleicht der kargmöblierte Raum eher einer Gefängniszelle. Die 39-Jährige ist sprachlos. So Katrin, das ist ein Reich für die Hofwoche. Paar Getränke Kleine Lampe, neues Bett, fasst der selbsternannte Lamborghini-Bauer stolz zusammen. Aber kein Kleiderschrank, gibt die 39-Jährige zu bedenken. Und den hat Steffen auch nicht vorzubesorgen. Ob das gute Voraussetzungen für eine gelungene Hofwoche ist? Die Zuschauer sind skeptisch, also tapezierte Schoalsmöbel hab ich noch in keiner Staffel gesehen. Grauenhaft.Purismus Lächelndes Gesicht Oh mein Gott, das gemütliche Zimmer, lächelndes Gesicht, ich würde sofort wieder umdrehen. Warum lag ein geöffneter Koffer auf dem Tisch? Doch immerhin eine Userin hält dagegen und ergreift Partei für den Junggesellen. Also ich weiß nicht, was daran schlimm ist. Vielleicht fehlt ihm auch einfach die weibliche Hand. Vielleicht wohnt er da noch nicht so lange. Vielleicht legt er darauf keinen Wert. Es gab Bauern, die haben mit 50 noch im Kinderzimmer bei Mama gewohnt. Finde ich jetzt schon oberflächlich. Okay, aufräumen hätte er echt können. Das ist ja nicht so lange. Immerhin ja. Ich wünsche dir noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020